autopädie meine leute es ist der 17 11 2011 14 51 und ja ich muss nachher noch ein bisschen wird lernen aber jetzt kann ich zocken ich habe den letzten pokal verloren ja mein gott sogar da verliert mal und ehrlich gesagt habe ich den pokal aber noch mal gewonnen und ja jetzt machen wir den pokal hier also ich habe den pokal pokal danach noch mal gemacht so wollte ich das sagen deshalb zeige ich euch den jetzt nicht noch mal machen jetzt den stern pokal und so dass ich jetzt ein bisschen confused bin was liegt da auf dem boden was ist das hier okay genug gelabert abfangen wir an jetzt zu kommentieren noch mal neu also bild haben wir den haben wir den machen wir jetzt stern pokal profi spielzeit ich noch mal zwei minuten damit es richtig abgefuckt wird power ups ein spezial treffer ein ramble ein bose auftritt ein direkt anfangen heute nehmen wir war luigi nicht sondern wir nehmen war donkey knö wir nehmen wario mit tot halt die fresse oh mein gott sind es viele spiele worauf hat mich da noch eingelassen worauf denn egal nur zwei minuten und haben super schuss den werde ich auch öfter benutzen leute wenn ich das nicht pack benutze ich den und ich wollte noch was anmerken ich werde ganz normal jetzt weiter so aufnehmen und dann schneiden hinterher das ist für mich leichter und dann habe ich einfach zu rendern und auch mehr lust drauf also falls es euch stört sorry aber anders kann ich so mal nicht machen dafür kann ich nur sagen dass ich meine abonnenten liebe und die alle toll sein und ich mich über mehr kommentare freuen würde gut warum fängt an wir fangen mal wario an wo kommt schon er kommt nein der war der war richtig torbisch und der war oh was für ein schuss man merkt die zeit ist echt knapp auch das war nicht doof oder da haben wir die ganze eigene mannschaft der oder äckerts du wixer mann guten und geschrieben machen meine abgefuckten fick dich jetzt klappt das soll ich bei euch gegen profi spiel und wie es aber zu hart in deinem face joshi bittschke da oder wird so zurückgeschleudert aber richtig hart scheiße ich habe so lange kein super schuss mehr trainiert deswegen machen wir das jetzt nochmal ich vergesse dass der computer auch denken kann man so ein bisschen ich habe keinen bock jetzt wieder ein spiel oder ein pokal zu verlieren deswegen will ich jetzt gewinnen bis es nicht mehr geht verpisst euch alle vielleicht wird da was komm schon zwei eins bitte nein oh gott zwei minuten ist echt wenig oh der geht rein ach ne geht er nicht doch der jetzt geht er oh schön abgeblockt tot sauber jetzt nach vorne und jetzt super schuss fick dich oh gott der wird so ultra zurückgeschleudert hat das oh gott tor ich kriege einen kollaps hier ich habe zu lange nicht mehr gespielt und nur noch 30 sekunden entweder super schuss oder normales tor ouch jetzt komm schon ein torschuss muss ich ja wohl noch wo hinkriegen ich glaube zwei minuten war ich zu wenig egal let's try it NEIN ne das habe ich mir selber verspielt jetzt oh toll erstes spiel verloren egal ich muss dann direkt punkte machen wenn ich ähm oh man oh NEIN NEIN da labert er was vom gewinnen und bla und toll drum ganz ehrlich Leute dieses spiel ist nicht so einfach wie es aussieht gebt mich auf die nerven gut ihr wisst ich bin etwas aufgedreht aber das liegt damit das hängt damit zusammen dass ich einfach ein bisschen nervös bin weil naja geht euch gar nichts an und das habt ihr auch gar nicht zu äh wissen hatten weil äh ja hä also waluigis nase sieht genau aus wie die von wario nur dass sie andersrum ist und ein bisschen kleiner irgendwie gibt es gar kein gegenteil von yoshi ne mario wario luigi waluigi peach daisy yoshi tot blöder penner jetzt kannst du dir abschienen kennen oh man also war irgendwie die schlechteste wahl die ich mache hätte können mann oh mit da ich hab keinen bock immer zu verlieren ich muss mich echt mehr konzentrieren ich merke schon wir sind alle in einem team wieso lauft ihr da zum ball oder vielleicht ich weiß es nicht bitte komm schon oh toll es ist ja schon betäubt und dann kriege ich nicht mal noch ein wo stehen denn meine leute äh verpisst euch ich weiß nicht aber irgendwie spielt sich war wir tatsächlich ein bisschen anders endlich mal ein tor meinerseits aus ich mein tor spielt sich gleich wie immer aber vario ist ein bisschen so naja rollmops halt was für ein schuss mach 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 boah was für ein winkelschuss jetzt versuche ich einfach nur noch zu deffen dann für die 30 sekunden aber noch zack bananas in pyjamas alles matchen kann sie dir abschinken wenn ich solche tore nicht kriegen kriege ich dann schaffst du das auch nicht du Dolf oh mein gott winkel rein du hast das tor nicht gemacht du penner wieso freust du okay du bist im gleichen team ist gestattet okay sollte jetzt noch einen super schuss probieren habe ich immer noch einen tor vorsprung das heißt immerhin mal nach langer zeit ein spiel gewonnen könnt ihr mir sagen was ihr wollt das stimmt und es ist schrecklich und es tut weh aber ich freue mich einfach ein keks es ist toll mal wieder zu gewinnen nein nimm mir nicht den ball ab sonst mache ich deine mama platt ich weiß mama sagen ist schlecht aber trotzdem du knecht habe ich gewonnen Bitches ich hätte hier vom gamecube diesen diesen x controller stick der ist so ein bisschen eingeknackt bei mir ich habe mein game controller von einem schwarzen kumpel aus meiner klasse der hat mir den verkauft für billig geld billiges geld da und der ist so ein bisschen scheiße der controller weil der knüppel ist total kaputt und das kreuz ist so ein bisschen eingedrückt unser rivale mama bia scusi baui jay yahoo yushita yugioh moment mal falscher film die waffe sie glänzt das messer es glänzt frisch aus dem berg die fresse sie glänzt ich hole mir den ball und dann gibt es anal hat anal am kanal und alle oh destroyed guck mal 1 0 so muss das aussehen das ding ist wenn man ein tor vorsprung hat dann fühlt man sich gleich viel besser aber dann passiert sowas der kommt zurück der quendal rein oh mein gott wenn er drin ist dann fick ich seinen arsch das war was anderes das war was anderes weil er die nicht mit super schuss reinbekommen so wie ich jetzt zum beispiel er wird gleich eine bombe werfen aber es ist mir egal das war von nöten um das zu machen guck ok ok ich hab nichts gesagt oh das war ja klar wo er jetzt auftaucht wo ich auf der seite von ihm bin meine herren wieso steht ihr denn alle im weg manometer ha 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 habt ihr koopa gesehen ha 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 guckt es euch an alter ich passe smash und auf einmal glitscht er nach unten glitsch 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 ha 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 geil alter glitsch 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 cooles tor cool kannst du dir abschmieden bananas im oh jamas das meine ich mit äh bananen haben arterie ne nicht materie man was für eine arterie alter wir sind nicht im bio unterricht das ding ist was ist eine arterie postet mir mal einer wikipedia beitrag rein das wäre irgendwie cool ich habe jetzt ein tor kassiert deswegen mache ich jetzt hart anal am kanal so 242 finde ich schön kamehameha ja ja weiter geht's torben torben baby er macht dich zerstören du kannst von mir hören ach du schlecht ich liebe gerne soße wieso kann ich achso ich bin ja gar nicht Mario oh oh glick glick lalalalalalalalalala bumm das Ding ist an torbeten kommst du echt nicht vorbei es regt mich auf und ich habe es wahrscheinlich schon blablabla zum neunten mal gesagt aber es ist einfach so guckt euch das an ich gehe jetzt mal mitten zum Torwart er haut mich ouch das ist erlaubt das ist Mario-Fußball oh nein ich habe noch ein Tor kassiert oh der hat Ketten und scheiße der schafft können sehr wenn er jetzt noch du Lusche bumm flop tot yahoo yeah 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 ha ha er hat ein Spagat geautsch gemacht ich dürfte jetzt entweder am ersten oder am zweiten Part sein so viel steht fest 50 absolvierte pokalspiele und wir sind auf platz und jetzt spielen wir gegen jo luigi und das wird geohnt und ich freue mich wenn ich den sterb pokal fertig habt dann kann ich mich um weitere aufnehmen gilt angelegenheiten kümmern und soll dass die farben hier so ein bisschen zu geil sind finde ich glaube die helligkeit habe ich zu niedrig und den kontrast zu hoch das muss ich mal umstellen aber nicht jetzt cool wir fangen an das heißt wir gehen nach oben und machen gleich mal den super schuss train plapp plapp hauptbefehl seit diesem bein des gesehen habe ich voll vergessen der haut hier mit seinem bauch hau rein torwart 5 sekunden und 2 0 das hol mal auf alter du kannst ja nur mit super schuss spielen ja die noch zu das war mal anders aber so viel call of duty wie ich jetzt spiel da kann es ja gar nicht mehr gut werden wieso explodiert er und dann friert er ein das hier gibt es ihn oh mein gott was für ein traum da kommt ins guinnessbuch der torbo und eingefrozen mitten im pass alle mitten in der kopf kopf nuss wort für ein schuss